und weiter gibt es mit dem zombie wahnsinn mal schauen mache ich jetzt die quest hier weiter irgendeine 19 plus zone könnte ich machen krieg ich hier auch die über das mache ich doch da kriegt die idee in ihr quest auch noch fertig das klingt doch ganz gut klappt das hier ist das 12 na ja guck mal meine gespannt ob das jetzt hinhaut und ich da die teile finden kann ist der pop pot der roboter halt wie auch immer dann wollen wir schauen ob das hier funktioniert ansonsten sammle ich einfach weitere ressourcen und ich bin allein ich brauche auf jeden fall stein weil das ein bisschen nach siedler von katan klingt weg war und ich bin immer noch allein gerade und hier ist irgendwo ein encampment das könnte ich natürlich machen das mache ich auch da ist es juhu und ich hatte wieder kurz lag gerade ist jemand gekommen ich glaube das ist der soldier aus dem hartebildschirm vom anfang in die runde gefallen und deswegen geht es noch nicht weiter da die sind runtergefallen Wo ist er denn? Ich glaube, der Zombie hat sich verlaufen Wo ist der Zombie? Und er redet mit mir Vielleicht ist er da drin? Wo ist er? Ich habe das Gefühl, er beschwert sich, dass ich ihn nicht finde Hm, na, dann halt nicht Das bringt ja ansonsten auch nix Keinen Campen! Diesmal hoffentlich nicht mit unsichtbarem Verschreckzombie Oh! Oh! So, diesmal hat es aber geklappt. Und schon wieder kurze Verzögerung. Nyaaah, nyaaah. Das nervt. Oh. Au, 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 au. Ach, da war wieder so einer. Okay, damit ist die Waffe hier quasi hinüber und ich brauche eine neue. Okay. Can't. Couldn't hurt. Okay. 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 In der Nähe von diesem... hab einen. Kayn täglich ein... Der Scheid Three. Ich bin der Menschen am Serien. Und ich habe nochừng, dass ich dasически entlet 17! Bitte nобщest附' ich nicht. Deshalb hast dubound sangre dabei bruscht. freueifisch. Ich habe zu mindsportlich. Den müssen wir nie aufwecken. Ich weiß nur zu gerne, wo das letzte Teil ist. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Teil ist, aber ich weiß nicht, ob ich das letzte Teil ist. Hm, ich würde ja gerne was hochbauen. Oh, great. Ich brauche deine Hilfe. Ui, das war viel. Vielleicht ist er da im Nordosten. Da liegen sowieso noch Belohnungen, da sollte ich sowieso vorbei. Ich glaube, in der Zwischenzeit kann ich mal wieder ein bisschen Ducktape herstellen. Oh, das hat sogar ein bisschen was gegeben. Okay, das ist nicht so. Hm, hier unten ist wieder so ein... Äh, Belohnung und auch ein Questing. Das sammeln wir doch mal auf. Aber ich glaube, Pop-Teile werden wir hier nicht finden. Hm. Klo, Klo. Hm. 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 Äh, okay, da bin ich vorbeigerannt anscheinend. Oh, 2018 ist es tatsächlich nicht. Danke für den Hinweis. Das haben wir gleich mal geupdatet. Das haben wir gleich mal geupdatet. Naja, 2018, 2017, das ist jetzt nicht so der Unterschied. Wo ist jetzt hier meine Belohnung? Da oben. Danke auf jeden Fall für den Hinweis. Und jetzt hätte ich noch gerne... Oh, das ist aber ein schöner Baum. Über den kann man garantiert toll drüber klettern. Noch... Das letzte Teil habe ich gehabt. Das ist auf der Map hier gar nicht auf. Und da drüben ist noch ne Belohnung. Und dann können wir ja auch mal mit dem... Basis-Bauen anfangen. Nein, danke. Aber es wäre schon schön gewesen, wenn ich die Queste jetzt hätte abschließen können. Na gut, dann beim nächsten. Also ich finde Fortnite richtig gut. Also es macht richtig Spaß, dafür dass es Early Access ist. Es ist schon relativ weit. Ähm... Spielt sich gut. Spielt sich eigentlich fast wie fertig, finde ich. Also es kommen halt immer noch ein paar Features dazu. Hör auf. Deswegen macht es garantiert auch Sinn zu warten, bis es halt nicht fertig ist und released wird. Aber das dauert, glaube ich, auch nicht mehr lange. Jedenfalls fühlt es sich sehr fertig an. So, da hinten ist noch was zum... ...suchen. Hör auf! Na unten. Oder unten. Okay, da musste ich nichts machen... Außer hingehen und reden. Dann können wir ja mal zum Wagen gehen und den befestigen dann schaffen wir vielleicht so noch ins Speedrun. Und ich wüsste immer noch zu gerne, was dieser rote Totenkopf bedeutet. Ich könnte wahrscheinlich auch einfach googeln, aber das wäre zu einfach und ja auch irgendwo langweilig. Ein wenig Mysterium ist sicherlich nicht schlecht. Okay, nur noch einen Tag. Vielleicht klappt das mit dem Speedrun doch nicht. Ja, ist auf jeden Fall sehr viel fertig und hat sehr viel mehr Content als manche Sachen, die schon gelesen sind. Das stimmt. Normalerweise hole ich mir eigentlich auch keine... Oh, da ist eine Truhe. Äh, ja. Normalerweise hole ich mir eigentlich auch keine Early Access-Spieler, aber das sah gut aus. Mein Bruder hat mir das empfohlen und dann glaube ich dem das mal. Ah ne, nicht der... Bin ich wieder sterben. So. Das ging ja sogar noch. Ah, okay. Gut zu wissen. Ich dachte, da könnte man schon irgendwas machen oder wenn alle vier Leute irgendwie zusammen da stehen, weil es einem ja die Energie absaugt. Ich dachte, da würde dann irgendein Boss kommen oder sowas. Ja, das kann gut sein. Ich bin da immer ein bisschen langsam mit dieser Hauptquestreihe, weil ich mich dann doch mit dem Farmen etwas verliere und auch die Survive the Storm Mission teilweise jetzt gemacht habe, die brauchen halt auch sehr viel Zeit. Das klingt doch nach irgendwo. Oh, da oben. Der kommt garantiert, sobald wir hier. Ich glaube, den wecke ich mal auf, damit er uns später nicht stört. Ja, da guckste, ne? Blöder Kerl. Oh, mein Aim ist mal wieder super. Und weg, Wara. So, dann können wir mal bauen. Echt? Also, ich spiele noch gar nicht so lange. Ich spiele erst vielleicht seit... Drei Wochen vielleicht? Oder vier Wochen oder so? Also, ich habe kurz bevor das Survive the Storm Ding kam angefangen. So. Und viel Holz. Ach, das langt doch mit dem Holz. Ah, schon wieder falsch gebaut. Das passiert mir doch ein bisschen häufiger. Oder? Okay, da hätten wir dann vielleicht... Na. Okay, das war unnötig. Genau, das dachte ich ja. Ich spiele ja auch erst seit... Wenn es seit drei Wochen da ist, dann spiele ich vielleicht seit vier Wochen. Oder fünf. Also, es war zwei Wochen bevor der Patch da kam. Weil ich hier gerade nicht so sicher bin, ob es so sinnvoll ist, was wir da machen. Aber... Was soll's. Wie viel? Wir haben noch hundert Teile. Och, die bauen aber auch so eine Sachen. Ähm... Und wo kommen die eigentlich? Äh. Fehlt auch drüber. Na gut, dann... Mit Tür. Mal gucken, von wo die Zombies kommen. Storm-Data hat auf deiner Minimap. Bild Defensoren um den Van. Clip die Switch, wenn du bereit bist. Ja, ich bin immer noch am Entdecken. Wahrscheinlich wirst du dir da an den Kopf passen, was ich hier teilweise mache. Aber es ist ja auch noch nicht so weit im Spiel drin. Es ist jetzt erst die zweite Zone. Oh, die wollen schon verteidigen. Ähm... Okay, wir haben da noch gar nichts gebaut. Ähm... Ich weiß nicht so recht. Und wo sollen die auch kommen da? Da kommen sie hoch. Das bedeutet, ich mach da nochmal ein bisschen was. Was war? Ein bisschen Dach. Und dann können wir nämlich hier noch. Was können wir hier hin machen? Das da machen wir hier hin. Und das da machen wir da hin. Ja, also gerade das mit dem Bauen, da bin ich auch immer noch sehr am Entdecken. Vor allen Dingen die KI, die habe ich noch nicht so ganz durchgeschaut, wie die manchmal läuft. Manchmal denke ich, okay, ich habe einen guten Gang gebaut für die Zombies, dass die hier durchkommen und dann gehen sie links dran vorbei. Und ich denke mir, schade. Das wird wahrscheinlich hier auch passieren. Ach, hier kommen sie auch hoch. Na... Na gut, dann... Machen wir hier zumindest mal... Machen wir hier zumindest mal... Das da hin. Was hab ich sonst noch? Ah! Ähm... Hm... So. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass du wahrscheinlich anders bauen würdest. Wobei ich ja zu meiner Ehrenrettung sagen muss, dass gar nicht so viele Sachen von mir hier sind, sondern... Ja, oh, das zieht aber auch richtig aus. Aber ich bin da glaube ich sowieso ineffektiv mit dem Bauen, sondern eher optisch orientiert. Was ist das hier? Oh! Da kann man runter... Fallen. Immerhin kann man von hier gut runtergucken. Aber okay, das ist nicht so effektiv, dann geh ich doch besser runter. Ach, da... Oh! Ich glaube, da haben wir gar nicht... Oh Gott! Gut, ähm... Notfallplan... Kommen wir da oben runter, ne? Ja. Okay, dann bauen wir hier aber noch was hin. Einfach sicher ist sicher. Ah, ich hab nicht mehr so viel Zeit. Das wird wahrscheinlich meine letzte Runde für heute. Je nachdem wie lange das hier noch dauert. Ich glaube, das geht danach noch eine zweite Runde. Muss ich mal gucken, wie spät es ist. Oh! Da kommt was Großes irgendwo. Da! Ahhhhhhhhhh! Aber komm ich gern irgendwann mal drauf zurück, wenn es heute nicht mehr hinhaut. Seitlich. Ich hab häufiger die letzte Zeit jetzt so um die Uhrzeit ungefähr... ...gehealed und gestreamt. Und... Gerade bin ich ein bisschen am gucken. Deswegen bin ich gerade ein bisschen abgelenkt. Ah, da hinten! Ah, das ist doch, dass ich was übersehen habe. So. Das wieder reparieren. Kommen die dann... So. Ich glaube da oben... Das ist irgendwie aber auch... Ehh, schon wieder. Da oben... Nein! Schon runtergefallen. Super. Ich verlaufe mich so gerne. Habe ich genügend Gluclo? Drei Stück? Ja, kann ich machen. Wenn ich die Tür finde. Tür? Da Tür. Ich glaube da hat jemand noch dieselbe Idee. Gut, dann kann ich schon mal wieder mich auf den... ...hewigen Weg nach oben machen. Und wieder runterfallen. So. Da hinten. Das war doch so unsere Schwachstelle. Ah, da ist schon jemand. So. Oh, das war so richtig schön vorbei. Oh, das war so richtig schön vorbei. Oh, das war so richtig schön vorbei. Klingt so, als ob da wieder was kommt. Nee, doch nicht. Ähh, ähh. Oh. Hey, wir haben das gemacht! Hey, wir haben das. Hat da jemand gerade ein Fass geworfen? Ich bin etwas orientierungslos. Da hinten kommen wieder ganz viele anscheinend. Ja, waren doch weniger als ich gedacht habe, aber der Dicken, der sollte besser weg. Ja, das klappt auch manchmal bei mir mit dem Stockwerk, mit dem Double Jump, nur diesmal irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Irgendwie, ja genau, jetzt klappt es und jetzt bin ich natürlich drüber gesprungen. Das war die ganze Zeit mein Plan, aber irgendwie habe ich es die ganze Zeit nicht hinbekommen. Das klang doch nach irgendwas Großen. Oder? Das sieht alles doch fast gut aus, wenn hier hinten unsere Schwachstelle nicht wäre. Noch eine Minute und irgendwann habe ich doch was schreien hören. Da! Dicker! Oh, 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 oh. Jetzt bin ich näher runtergesprungen. Oh, 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 oh. Was ist das? ja ich denke auch mit drei sekunden da war ja nichts durchgebrochen oder so keine ahnung ob da wirklich noch was passieren kann aber ich denke mir sicher ist sicher so da fliegt er juhu so so schade dass das nicht mehr für den dritten teil von dem top teil gelangt hat gern die rest noch zu ende gemacht aber daneben morgen und das gibt noch level fünf ja sehr schön dann mal schauen was in der truhe drin ist das ist auch beendet sehr schön kann ich auch mal wieder outländer spielen und punkte verteilen ja an dem backpack komme ich einfach nicht vorbei dahinter zu gehen da brauche ich wieder 40 okay dann macht es vielleicht sogar sinn was anderes zu nehmen ja der ist verlinkt das bedeutet ich habe auch da immer die quest die twitch best der war mal zwischendurch entlinkt das war irgendwie nach dem nach dem patch hat sich das glaube ich aufgelöst mittlerweile geht es wieder wieso ach das habe ich noch nicht gekauft was ist das hier das ist der constructor und das hier ist der airstrike der natürlich auch nicht schlecht ist ja dann gehe ich mal hier hoch das muss doch lang für einen research wo wollte ich hier noch mal hin ich weiß es nicht mehr das ist doch ein spät deutsch ich glaube ich gehe mal da hoch ja wobei ich mir da gar nicht so sicher bin ich habe das gefühl seit dem patch ist das ein bisschen verpackt mit dem twitch weil ich habe auch schon mal die twitch quest beenden können obwohl ich gerade nicht gestreamt habe sondern einfach nur normal im spiel war und plötzlich hat die trotzdem funktioniert vielleicht lag es auch da nicht bei jemand anderem drin war der eventuell gerade gestreamt hat da bin ich mir nicht so ganz sicher so habe ich irgend so einen loot was ich öffnen kann nee da sind noch brauche ich noch tickets jo und noch eins von den stücken was bedeutet hier brauche ich noch ah ok das habe ich gemacht ach ich hätte eine shotgun eben gerade idealerweise craften sollen mhm ok das kann ich auch noch machen da muss ich aber mal gucken echt ich habe gedacht das geht nur wenn man tatsächlich streamt dass die quest funktioniert aber gut zu wissen also das hier kann ich noch da kann ich auch was aufwerten das mache ich auch mal ja das mache ich alles bei zeiten so und die sidequests den rollkey ok ich glaube den habe ich noch nie gesehen ok ich glaube das storm shield defense 7 ist noch lange nicht in sicht einen constructor sollte ich auch machen und das hier erledigt sich auch von selbst ok jo das bedeutet da habe ich noch einiges zu tun ja aber auf den das angebot komme ich gerne demnächst mal zurück da können wir gerne mal schauen wenn du mich dann siehst ähm können wir machen aber jetzt wird es mir ein bisschen zu spät ich versuche immer so ein bisschen 11 uhr als abschluss anzupeilen wenn ich jetzt noch in die mission reingehe das könnte ein bisschen länger dauern da würde ich mich eigentlich nicht stressen lassen was haben wir hier eigentlich noch so auf twitch oder im spiel auf twitch oder im spiel das war auch noch ja aber das nein das mach ich heute nicht mal so im spiel ist nämlich noch nichts angekommen glaube ich vielleicht erst bei einem login oder ich guck mal grad im launcher neben launcher ist auch noch nichts angekommen komisch äh ne das ich starte einfach grad nochmal neu vielleicht ist dann was da ein das war ja eben grad ne das ist nicht der name ich glaube das ist nicht der name Ich glaube, das ist jemand anders. So. Ne, bei mir ist immer noch nix. Die Base bei mir heißt Sollus und das ist der Account-Name. Das hier. Ah, ne, man sieht ja immer noch nix. Ach, okay, das geht immer in den Window-Modus zurück, wenn ich neu starte und dann braucht das immer etwas. Jetzt. So. Da. Das, da müsste er sein. Mit dem netten Lama. Da bin ich mal gespannt, ob es jetzt klappt. Eigentlich müsste es ja... Nein, das ist zu groß. So klein. Hm. Ah, jetzt habe ich was. Ja. Jetzt hat es geklappt. So. Gut, dann, äh, ja, danke dir für die Tipps und dann bis demnächst. Ich werde dann Schluss machen für heute. Dann noch einen schönen Abend. Bis demnächst. Dann muss ich jetzt... Dann. Dann. Ich werde dann was.